Hey Internet und YouTube. Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen Foron. 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 Das ist irgendetwas Italienisches. Irgendein Fleisch kriegt. Bin ein bisschen verwirrt. Und das ist anscheinend die letzte Mission. Wahrscheinlich. Was mich sehr traurig macht. Der Quantum hat sich vorhin gefreut. Das stimmt überhaupt nicht. Ich hab mich über was anderes gefreut. Ah ok. Die dauert jetzt wahrscheinlich 14 Stunden. Die Mission ja. Foron hat sich ne hübsche Ecke für die Operation ausgewählt. Wir haben neue Anzüge. Haben wir das? Echt? Ja und anders aus. Wir sehen als hätten wir irgendwelche Federn. Sieht nichts so aus als wollten die lange bleiben. Grim siehst du sie? Ja aber ich erkenne nicht wer von denen Schersky ist. Heißt sie jetzt Grim oder? Ah ich speichert schon. Wunderbar. Ich dachte Grim wär ein Kerl. Ich dachte ich wär Grim. Ja weil sie gerettet hat und der sagte Grim. Vielleicht nennt er sie manchmal Grim. Oh mein Gott. Ich bin nicht drüber nachdenken. Ich wär so Schwein. So. Ja jetzt hat's los. Also jeden Moment. Ja jetzt legen wir los. Ähm. Gehen wir mal hier runter. Dürfen wir entdeckt werden? Dürfen wir schleichen? Ich hoffe doch wir dürfen schleichen. Was? Ja. Was? Da waren Donuts. Da waren Donuts. Schau nicht nach. Schau nicht nach. Ich weiß gar nicht. Wo gehen wir denn hin? Ich weiß es auch nicht. Ne 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 ne. Ich war grad erstaunt dass ich hier klettern kann. Schaut sich grad an als würden wir ein Open World Game spielen. Sag mal hast du Tomb Raider gespielt? Welchen? Ja den neuesten. Äh ja. Kommt ihr das bekannt vor hier? Hm. Dieses Schiffswrack da wo alle Schiffe immer stranden. Ach so meinst du. Okay okay. Ach wir haben das falsche Spiel gestartet. Oder im falschen Spiel gelandet. Lara. Ja wo? Wo? Okay. Ja ich weiß es nicht. So nicht so als würde ich wissen. Ich weiß gar nichts. Du weißt es genau. Du weißt es genau. Du tust nur so um mich loszuwerden. Aber ich folge dir. Ja aber hier ist Ende oder? Hier unten. Ähm. Ja aber die sind doch grad so. Ne runter passt schon. Vielleicht sollten wir dem Ziel folgen. Da wo. Hof steht. Ach der steht erst mal. Ich bin ja hier runter. Ach Gott. Geh runter. Ich geh schon mal vor. Na nun hat dieser Idiot mit seinen pinken Lichtern. Ich warte auf dich. In Bewegung bleiben. Komm schon. Das war vielleicht die letzte Tür in diesem ganzen Spiel. Wir sollten es genießen. Vorsicht Jungs. Cherskys Leute führen eine vollständige Suche. Oh Mist. Er haut ab. Behaltet Chersky im Auge. Wir regeln das hier. Der Tektisch. Nein. Nicht unter Grund. Verfolg seine Bewegungen. Brakes und ich verschwinden von hier. Wir sind doch gerade erst reingekommen. Echt? Und schon wieder weg? Was soll der Scheiß denn? Okay. Das ist anscheinend ne Shooter Ding wieder. Hier wo gespeichert wird. Auf jeden Fall. Ja. Trotzdem. Biam 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 biam. Wir. Biam 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 biam. Hier durch. Schalldämpfeier. So. Perfect. Oh nein. Nicht so wieder das Gestöne. Luft anhalten. Oh nein. Was? Oh. Wo kommt das denn her? Ich denke schleichen ist nicht mehr oder? Doch, 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 doch. Doch, doch. Schön schleichen. Schön schleichen. Explosions. Oh nein. Okay. Ich hab den Hund getötet, ich nehm die Schuld auf mich. Okay. Du hast ihn echt getötet, Mann. Ja, was? Er rannte auf dich zu. Er rannte auf dich zu. Du bist nicht Granthörner. Das gibt's doch nicht. Warum bin ich so lange verletzt? Wo ist die automatische Heilung in den modernen Spielen? Was ist denn das für ein Blutfleck hier auf meinem Bildschirm? Jetzt. Okay, du hast zu viel diesen Putz-Simulator gespielt. Ja. Hör auf auf Flecken zu achten. Ah, jetzt ist er weg. Halleluja. Ich war kurz errötet. What the? Was hat er gesagt? What the? Ich komm ja gar nicht zum Stealthen hier. Du kannst ja Stealthen. Wir zeigen einfach zwei Wege. Deswegen, ich hab ein... Oh Gott. Du hätt' Hilfe beim Aufstehen gebrauchen. Ich hab' einen Blutverlust. No, no, no. Nein, ich stell' mich tot. Ist alles okay. Aber irgendwie kann ich mich wirklich nicht bewegen. Der ist erledigt. Und wir sind denn hier noch... Da, links. Hinter dir. Der... Ah, hinter dir. Au! 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 Nein! Du kannst mich doch im Stich lassen. Warte mal. Hier hat jemand auf mich geschossen. Ich wär' fast gestorben gerade. Oh nein. Ich weiß nicht von wo. Ja, Vorsicht. Pass auf. Gleich stirbst du noch. Das wär' ja richtig schade, wenn du jetzt stirbst. Oh ja. Der schmeißt ne Granate. Wie kann ich überhaupt drehen? Leertaste. Komm, 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 komm. Danke für die Hilfe. Oh, 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 oh. Was ist das denn? Oh, das ist keine Mund-zu-Mund-Beatmung. Puh. Haha. Ja, da bin ich echt ein wenig froh drüber. Hier oben ist einer. Aber eine Seite von mir ist ein wenig traurig. Zack. Schmeiß' dir da und zu mir die Granaten. Scheine Rotzlöffel. Ja, so. Fertig. Messer, Gabel, Schere, Granaten sind für kleine Kinder. Nicht? Du warst im falschen Kindergarten. Terrorismus-Kinder. Ja. So, ja, äh, gut geschlichen, würde ich sagen, ne? Das war hervorragend. Komm, hopp. Was? Achso, ja. Achso, ah, klettern. Jetzt sind wir fertig. Gehen wir weiter. Ich hab ein bisschen zuge... Okay. So. Und jetzt gehst du vor. Ich mach gar nichts mehr. Ich ruinier ja alles hier. Füll auf. Wohl. Wozu? Okay. Ich sehe zwei auf elf Uhr, einen auf zwölf. Ne. Ne, zwei auf zehn, einer elf, einer zwölf Uhr dreißig. Okay, now I see. Oh, man. Ich hab ne Digitaluhr. Wir müssen alle Wachen ausschalten. Verstanden. Alle Wachen ausschalten? Alle Wachen unbemerkt. Haltet ihn an, wenn ihr rauskommt. Unbemerkt. Ich versteh's ja schon. Also, ich warte jetzt. Ja, ich warte jetzt auch. Oh Gott, der kommt her, der kommt her. Oh no. Oh no. Oh nein, 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 nein. Wieso sch... Er hat mich noch nicht gesehen. Oh shit, kommt der zu mir? Ja. Oh, oh, oh. Oh fuck. Wer entdeckt... Oh Jesus Christ. Wer, 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 wer? Ja. Erledigen. Schießen. Knallen ab. Knallen ab. Knallen ab. Was ist? Oh, warte, warte, warte. Er ist nur misstrauisch. Er hat er das nicht gesehen. Er hat er das nicht gesehen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, ich bin doch schon dabei. Oh. Halleluja. Ich will doch nochmal sicher gehen. Puh. Okay, die anderen kommen jetzt auch. Ja gut. Wenn einer nach dem anderen kommt... Da kommt der andere vor dem anderen. Wie in jedem guten Actionfilm. Einer nach dem anderen zum angreifen. Puh. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Du machst das extra... Oh, oh. Sch, sch, sch. Nein, ich mach nichts extra... Was ist hier los? Nichts. Nichts. Alles in Ordnung? Ja. Alles Paletti. Der hat einen blöden Helm auf. Ja. Jetzt nicht mehr. Du musst ihm die Schnalle unten wegmachen. Lernst meinem Erste-Hilfe-Kurs. Die Schnalle? Den Hosen-Wertler? Ja. Ähm. Ich glaube, du warst dem falschen Erste-Hilfe-Kurs. Oh, Scheiße. Ich wusste doch, so geht keine Mund-zu-Mund-Beatmung. Wie kann ich das wieder aus dem Kopf her? Gar nicht mehr. Ach, du Scheiße. Da drüben los. Nur mit dem Kopfschuss. Kriegst du's nur aus dem... Ah! Ich schreck mich von Hefechen. Okay. Aber ich glaube nicht, dass die dich nicht... nicht sehen. So. Alright. So weit. Wer schießt denn hier? Wer schießt denn hier? Ich. Achso. Oh, nein! Von mir! Oh Gott! Was? Zwei von mir. Oh Gott, da geh ich nie hin. Ich verblute. Okay. Ah! Neben mir steht einer mit nem Schild und Helm. Ich werde auch gerade ganz rot. Wie viel hast du noch? Okay, das reicht noch. Das reicht noch. Ja, lass dir Zeit. Ja. Moment, ich... Höh! Schild! Ich kann mich doch aufsetzen, oder? Nein, tu's nicht! Okay, hier bin ich. Nicht pieksen! So, und... Schau! Dankeschön. Alles gut. Funktioniert alles gut. Alles in Ordnung. So. Als du mich letztes Mal reanimiert hast, war meine Maus plötzlich... ...verkehrt. So. Müssen wir jetzt alle sämtliche wachen? Wir müssen sie mit dem Helm noch kriegen, oder? Achso, ja dann... Doch nicht so schade, dass... Was? Ich hier wieder mal alles ruiniert habe. Ach, das sind zwei... Zwei Helm-Typen. Ja. Mama mia. Schluss das Schild, alles klar. Lenk sie von vorne ab. Tanz oder sowas. Hallo, hallo, hallo! Hallo! Okay, sehr gut. Oh, da ist noch einer! No, no. Ah! Hast du ihn? Nein! Wo ist er? Also, wir haben uns getroffen, aber... Aber es war keine Liebe. Ringe, Ringe, Reihe... Oh! Puh! Okay. Hier muss noch irgendwo einer sein. Ah, nee, wir müssen jetzt zum... Ah, der letzte da! Ha, ist ja süß. Willst du ihn... Persönlich? Bam! Okay. Perfekt. Warte, da ist doch ein Schalter. Tor offen. Äh, öffnen. Ich aktiviere... Dann machen wir das Tor offen. Ich a... Es geht nicht. Aktivieren. Wieso nicht? Doch, jetzt. Achso. Ja, war ja klar. Du gehst wieder vorne. Mr. Pink ist immer vorne. Stimmt. Da hast du recht. Ich rufe jetzt den Grundriss ab. Ist ein Obcenter. Da erwartet uns ein Haufen Sicherheitssysteme. Es wird nicht einfach. Hat sie gerade gesagt, es wird nicht einfach und unten stand es jetzt schwierig? Nein, nein, nein. Gut, ich wollte schon den Support anschreiben. Alles klar. Er speichert, halleluja. Das ist doch ein perfekter Moment. Um dieses Grandiose... Richtig. Ihr müsst verstehen, wir brauchen ziemlich viel Pause zwischen dem Part, weil wir alles geben. Ja. Stoßen an unsere Grenzen. Wir nehmen noch ein wenig Mund-zu-Mund-Beatmung und dann geht's weiter. Richtig. Gott, ich halte ein wenig Abstand und bis zum nächsten Bad. Tschüss. Tschüss.